Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Aufnahme von den Heroes of Gaming. Wir spielen heute wieder Feed the Beast weiter. Und ich habe eigentlich auch einen groben Plan, womit ich weitermachen möchte. Mit dem, was ich letztes Mal versaut habe. Verbrennungsmotor, Lava Zelle. Zeig ich dir. Genau, dabei ist der Shaluka Play wieder. Und der... Genau, der Rotzwig. Das bin ich. Ich frage mich gerade, wo mein... Ist mein Steinbruch verschwunden? Aber deswegen haben wir das auch aufgehört, weil ich so viel zerstört habe. Induction Smell, der Pulverizer. Ich suche meinen Steinbruch. Hier habe ich nur eine Pumpe, Tank. Die Pumpe, die habe ich gebaut, weil ich eigentlich das Öl raffinerieren wollte. Aber jetzt habe ich einen besseren Plan. Hm. Aber ich brauche erstmal einen neuen Pulverizer. Pulverisierer. Und... Äh, Quatsch! Einen neuen Steinbruch. So. Der Player kommt nicht drauf. So. Ich habe gleich geguckt, wie voll mein Jetpack ist. Und irgendwie ruckelt es bei mir. Das ist uncool. Ruckelt es bei dir auch so? Ja, hat den gerade ein bisschen geruckelt. Lassen wir mal normal. Optifine habe ich ja eh nicht installiert. Wäre mal eine Maßnahme. Und du willst jetzt endlich mal mit Technik anfangen, oder was? Wollte ich eigentlich. Aber leider weiß ich es nicht genau wie. Ja, du hast ja den Wiki offen. Also du hast ja jetzt schon Ofen, ne? Also ich würde als erstes mal zusehen, dass ich an deiner Stelle ein bisschen Energie herbekomme. Ein bisschen Energie. Ja. Äh, ich weiß nicht. Willst du auf Solarenergie gehen? Dann hast du nur Tagstrom. Dann würde ich für die Nacht mir einen Speicher bauen. Oder du machst hier so wie ich erstmal einen Geothermalgenerator und gehst in die Hölle und machst dir so ein paar Zellen. Hast du, glaube ich, schon einen Geothermalgenerator, ne? Ja. Da bin ich doch in der Hölle verneckt. Ja, und dann hast du, musst du dir mal einen Rotating Macerator machen. Erstmal Macerator und dann Rotating Macerator. Dann kannst du nämlich aus einem Erz zwei Dust machen, also zwei Staub und daraus dann zwei Barren aus einem Erz. Ziemlich praktisch. So, und... Mega scheiße Internet. Wieder mal. Ja, sag ich doch. Canvas Bag. Vielleicht habe ich ja hier noch was drin. Ich bin ein bisschen raus. Wir haben schon lange nicht mehr aufgenommen. Lead Ore. Ach, hier habe ich mal die ganzen Ore Strünnel. Energy Cell, Energy Cell. Ach, ich wollte ein MFSU machen, ne? Bad Box habe ich nicht schon irgendwo ein MFE. Stein, MFE. M... F... S... Uh... Genau. Ja. Advanced Machine Block habe ich den schon. Ja, gut, dann nehmen wir jetzt gerade ein bisschen alleine auf. Und zwar, ich habe den MFE schon. Dann habe ich, glaube ich, auch schon einen Advanced Machine Block irgendwo. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Sogar vier Stück. Puh, Luxus. So, was brauchen wir noch dafür? Wir brauchen einen Advanced Circuit. Haben wir den vielleicht schon irgendwo? Wahrscheinlich eher nicht. Hier haben wir gar nichts. Hier haben wir auch nichts. User in your channel timed out. Ja, das wussten wir schon. Ähm... Ein Circuit. Advanced Electronic Circuit. Ich glaube, ich habe einen neuen Trick, denn wenn wir diese Materialien alle da haben, können wir jetzt einfach shiften und auf das Fragezeichen klicken und dann zieht er das sich eigentlich da rein. War mit Steuerung? Ah... Nicht wirklich. Ich höre einen Zombie, der ist ziemlich nah. Von rechts. Boah, das ruckelt echt hart. Finde ich nicht korrekt. Hm. Zombiebrain, das Problem ist später beim Verzauber. Das ging aber schnell. Hallo? Jetzt ist noch schlechter. Super. Freuen wir uns alle. Wie wäre es, wenn du denn mal dein... dein... Internet... äh... Router neu startest? Keine Ahnung. So, jetzt muss ich noch Lep... Lepotron... Och du Scheiße. Eins, zwei... Was ist denn los? Ich habe voll das Mega-Rezept. Ich brauche jetzt noch zwölf electronic circuits. Ja, super. Also, 66 brauche ich. 66 geteilt durch 6 sind 6. Also brauche ich 6. 3 mal 6 sind 18. Ich brauche 18 Copper. Ja, jetzt läuft. Ich brauche Copper. Ich brauche... äh... auch Mutatio. Ich brauche alles. Ach, hier habe ich doch meinen Zombiebrains, oder? Ja, Bull, ja. Super. Kupfer, 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 Kupfer. Ich brauche mal irgendwie ein Sortierungsmaschinenchen. Ich brauche unbedingt Mutatio. Mutatio heißt das, aber egal. Mutatio. Ja, das ist mir gerade noch mega wichtig, weil... dann habe ich so... Eisenerz, Lied, Taisin, Silber. Wie sieht das denn aus? Wie sieht was aus? Ja, Mutatio. Äh, das ist so ein... so ein... sieht aus wie... äh... Ja. Ein Hakenkreuz mit fünf Kreuzen. Fünf Ecken, so. Ein Stern, also. Ja, so ein Stern. Ja, wie viel brauchst du davon? Acht. Acht. Ich habe nur vier. Äh, geh mal Zombies jagen. Wenn ihn Zombiebrain fallen lassen, dann hast du das. Ah, geil. Äh, gut. Ja. Hm. Tagsüber ist Zombie-Jagen scheiße. Äh, guck mal, bei meinem Steinbruch... bei meinem Steinbruch, da kannst du in eine Schlucht rein. Da dürfte sich vielleicht was angesammelt haben. Okay, aber ich brauche erst noch Rüstung. Ohne Rüstung gehe ich jetzt nirgends mal mehr hin. Und ich? Jetzt funktioniert endlich mein Internet. Das ist voll merkwürdig, das war voll... äh, gestern bei der einen Aufnahme auszubauen. Kann sein. Ja, da war das doch so hier, ich musste meinen PC neu starten, auf einmal hatte ich, äh, gutes Internet. Samen, Kohle, gebackene Duffeleisen. Ich habe nur eine Truhe schleppe ich noch mit mir rum. Ähm... Ja, mit Thermaltrug, Generator, Extractor... was war das nochmal... wo ich... ach da, Mess... Mess... genau. Ich brauche trotzdem jetzt noch Kupfer. Du hast auch kein Kupfer mehr, ne? Hm, ne. Ich habe so viel Kupfer schon wieder verballert. Ist auch kein Kupfer mehr. Ich habe eigentlich ziemlich viele Ressourcen im Moment, aber... kein Kupfer. Eisenbarren... Ich konnte doch irgendwie... aaaaah, wo ist denn mein Tomanomikum? Lol, in den Perlen haben wir da kein Mutatio drauf. Ja, ach. Ich wollte mir gerade mit dem... Zombie-Brain. Ja, im Millennium-Stein wollte ich mir da so... gerade... Okay, drei Kupfer. Das heißt, wir brauchen... 5 Viz kostet das. Wie viel Viz hat denn mein Stab? Ich habe doch so einen dicken Stab. Wo ist denn mein dicker Stab? 250. Rant of Adapt. Ist das der? Müsste der sein, ne? 250 geteilt durch 5 sind... 1, 2, 3, 4, 5... Sind 25, ne? Keine Ahnung. Ich kann keine Mathe. Was erwartest du von mir? Ja, ich muss das gerade mal hart ausrechnen. Hart ausrechnen? Hart ein... Ach, egal. Hart ein... Äh... Nicht sagen. Nicht sagen, sonst... Was denn? Äh... Hart ein dir mal von der Palme wedeln. Was? What? Oh, ich habe ein Zombie-Brain. Sogar 2. Yeah! Ja, plus meine 2, dann hast du 8. Das ist aber kein... Das ist kein Mutat... Mutatio-Dings da. Du hast gesagt, der Stern. Nein, das ist so'n... 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 So'n Dings. 150... 150... 150, 50. Schreibe ich mir grad mal direkt auf. Wenn ich einen Zettel hätte, habe ich natürlich nicht. Gary, come home. Dann schreibe ich's mir auf meine Zigaretten schaffen. Total kreativ. Die ist sogar leer. 150... Metallum. Und 50... Victus. Fick. Victus. Appel. So. Jetzt muss ich grad noch gucken. Ähm... Wie viel ist denn auf Eisen drauf, Metallum? 8. Acht Metallum ist auf Eisen. Okay. Das heißt... Sind... Mehr nicht. 19... Eisen... 19 Eisen... Und... 25 Weed. Also auf irgendeinem... Gewiss... Auf irgendeinem magischen Material. So. Und 25 Weed. Das hier werde ich jetzt verzaubern. Hast du... Hast du... Wisps Essence? Ne, da musst du Wisps für töten. Hast du nicht noch irgendwie welche? Du hast doch welche getötet. Ja, ich hab welche getötet. Ich hab auch die Wisps Essence. Äh... Wenn ich dir dieses Material... Wenn ich dir meine Wisps Essence, äh... Zeige. Also gebe. Und du mal da drüber guckst. Ob du sowas hast. Ja, ich guck gerade. Ich komm grad zu dich. Gefliegt. Ich komm auch zurück. Gefliegt. Nicht... Da ich... Nicht... Du musst dir mal ein Dach machen. Wir müssen echt mal... Wir machen jetzt bald mal so eine extra lange Folge. So eine halbe Stunde Folge oder so. Einfach nur zum Haus fertig bauen. Nichts anderes machen als Haus fertig bauen. Okay? Okay? Okay. Kann mal machen. So. Hier. Nicht in den Kessel werfen, ne? Ne, ne. Ach das? Ja. Muss ich gucken, ne? Ich weiß nicht. Mein Baumhaus sieht gar nicht mehr so scheiße aus von weitem. Aber da... Da... Da fehlt noch. Das ist auch noch nicht groß genug. Also mein Haus sieht ja auch von außen nicht so scheiße aus. Aber kein Dach. Ich gucke einfach mal. So. Okay. 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 Das ist was er blubbert. Jetzt schmeißen wir rein. 25 Weizen. Und... 25... Ihr wisst was ich meine. Wir nehmen das Stäbchen. Was für eine Nachricht? Äh... Von... Von... Von meinem Vater. Aua. Welche Nachricht? Äh... Bist du jetzt essen oder was? Tadaaa. Jetzt haben wir... Cool. Das mache ich direkt nochmal. Ist auf dem Sauler starten? Nö. Das ist voll praktisch. Weil mit dem Öl kann ich mir ziemlich viel Obsidien... Nicht euer Ernst. Äh... Auf... Auf... Auf einem... Äh... 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 In... Regen geh aus. Danke. Und zwar... Aus... Aus der Hölle kann ich mir so ziemlich unendlich viel Obsidien holen mit dem Öl und dem Austausch Zauberstab. Und... Ähm... Ich muss mal grad popeln. Geil. Aus den Obsidianen kann ich Eisen machen. Das Weizen wächst so oder so von selbst. Und dann kann ich mir daraus... Das Weizen? Weizenbroat. Und daraus kann ich mir sogar ziemlich easy, merke ich gerade, wenn ich mir das jetzt mal aufgeschrieben lasse... Ähm... Kupfer machen. Hm. So... Entschuldigung. Bin grad am Stern. Ja, ich kann mir das nicht sagen. Guck. Zack. Du... 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 Ich hab grad vielleicht auf Gas trän... Aber die Uhrle ist ja so schön... Gass... Gass... Ja, wir machen auch mal. Ich glaube, ich lösche die alte Hölle und mach die neue... Mach ne neue draus. Da kommt der Table hin, da kommt das hin. Mein Akku ist extrem schwach. Okay. Und ich hab da was verwechselt. Ich brauch nämlich Clean Storm. Macht aber nichts. Denn den haben wir nicht mehr hier drin. Doch, haben wir. Du... Kann ich unendlich tief fallen mit dem... Äh... Ja. Dann ist ja gut. Dann kann ich mich ja auch großen... Auch aus großen Höhen niederfallen lassen. Denn wir machen uns jetzt ein Project Table extra nur für diese Nuggets zum zusammencraften. Nuggets? Nuggets. Und den stellen wir hier hin, weil er hier auch irgendwie hingehört. Äh... Ich bin... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zack. Okay. Das ist jetzt nicht ultra effizient. Aus 19 Eisen und 25 Weizen bekomme ich 16 Kupferbarren. Aber... Ey. Besser als gar nichts. Eisen krieg ich quasi ziemlich umsonst mit der Zauberei. Weizen wächst von selber. Ah. Ich brauche noch Golems. Ich brauche unbedingt Golems, die das Weizen von selber... Abernten. Jetzt habe ich 20. Ja. Ich glaube, ich habe schon welche erforscht. Aber ich weiß nicht, ob das die richtigen sind. Ich müsste auch welche haben. Oder bin gerade dabei. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Mein Tauber Null. Tauber Null. Fässer Arschloch. So. Ich habe nicht genug Weizen. Habe ich jetzt genug Weizen? Jetzt habe ich genau genug Weizen. Auf welchem verkackten Zeug ist dieses... ... ... ... ... ... da ist nur feuer mann oh ey ich guck mal in meinem taumann oben krumm guck ich mal nach ob ich die golems schon hab ich wollte gerade sagen irgendwie da sieht man gerade wer was spielt tut mir leid apropos ich wollte mal gucken ja genau das ist nämlich genau die grenze ihr seht ja mein zauberstab ist fast leer mit diesem zauberstab könnte ich auch gar nicht mehr da reinschmeißen sonst wäre das wieder so kompliziert und müsste mir neue machen blablabla jetzt warten wir kurz bis er sich aufgeladen hat was eigentlich so ziemlich schnell gehen sollte das ist eine biene ich weiß ich würde eine extra kiste für bienen machen die bringen dir im moment so gar nichts da musst du dich reinlesen weil damit kenne ich mich selber nicht aus ja nicht wegschmeißen oder zum magie-dingspunkt kannst du dir nehmen ja da hat man keinen effekt drauf ach so ja das ist ärgerlich ja das ist ärgerlich ich muss ja gerade meinen zauberstab aufladen aber irgendwie habe ich bei mir in der umgebung schon ziemlich wenig was haben wir übrigens keinen bock gerade momentan keinen bock auf drei angry zombies kein bock auf adventure map genau oh oh creeper lol der ist explodiert bevor der überhaupt gezicht hatte von einem ruckeln loll ähm loll ähm was denn wie wo das gibt so ich guck nochmal fdb ne ja mein stadt hat er sich jetzt aufgefüllt jawohl ja